Ach komm! Okay, fast draufgegangen. Das war nicht so gut, ne? Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Aber da war es auf der Konsole. Das war's. Das war's für heute. Die muss ich doch nicht auch zerstören, oder? Ein Fernglas. Ja, war schon mal wieder zur Markierung, ne? Wollen wir doch nicht jetzt kaputt gehen, ey. Okay. Wir brauchen alle Leute der Waffen am Flughafen morgens auf. Alle Retrohsamen, die wir am Flughafen morgens auf. Und alle Waffen, die ihr habt, und die verbrannt gekommen sind, sind nicht gerade wenige. Bitte beeilen Sie uns, dass nicht viel Zeit ist. Du musst ein Mal hin, wie du bist. Heute geht es mal wieder, weil du nicht gut hier hast. Wie чистztest du, das ist ja immer wieder in der Runde. Wir brauchen die Runde. Oh, wie geht es? Ich weiß, dass wir es nicht mehr. Wir brauchen die Runde. Wir brauchen die Runde. Wir brauchen die Runde. Iiii, sind nackig. Ist das denn hier ein neuer Staubsauger oder was? Ganz neuer Technologien. Hallo? Jetzt hab ich die Waffe auch noch mitgenommen. Tausendmal im Stash. Von der Tablet. Sehr gut, Timo. Hm, ich glaub, euch ging's nicht so gut hier. Hm? Wodka-Flasche. Das ist mein Finger vom Alkohol hier, ne? Na gut, hier kann ich drin pennen, glaube ich, ne, aber mehr auch nicht. Oh, 30DK, ähm, erstmal ausprobieren, ne, die Waffen. Ich muss jetzt sagen, ich habe schon ewig lang keinen Fallout mehr gespielt. Jetzt war halt der vierte, ne, aber den habe ich auch wirklich nicht, ähm, nicht durchgespielt, leider. Ja, nice, Claudia. Wo ist jetzt die Markierung hin? Ich habe... Ich habe keine Ahnung, wir gehen weiter durch. Oh, wir treffen mal nix, ne? Hm? Was hat Spaß gemacht? Gleich wieder da mit der Cam. Boah, wir haben ja morgen schon ein Wochenende. Da ist die Markierung schon wieder. Hm. Da was liegen lassen? Danke. Oh, das ändert die Information. Ah, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Shit, egal. 50 Prozent. Wow. Skalpell. Nice. Ich habe die Kronkorken gesammelt. Das wäre so gar nicht aufgefallen. Gut. Dann haben wir das doch hier. Was haben wir hier noch? Verbandsschere. Blablub. Nee, brauchen wir nicht. Ich bin hier im Weg rum. Geh weg. Knochenfräser. Okay. Könnte vielleicht Spaß machen, ne? Ah, ich bin da gerade ganz schnell durchgeflogen, Claudia. Oh, dann träge ich noch was Schönes. Das nehmen wir auch mit. Ordner? Ordner? Oh, ich bin vollgemüllt. Ähm. Ja, hör mal auf zu Quatschen. Mach dich mal weg hier. Geh mal im Weg. Polizeimütze. Wie hab ich denn da draus? Ablegen? Ja. Okay. Ach komm, Partyhut weg. So, können wir wieder bewegen. Schroeder. Schroeder. Da! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020